1 hallo und herzlich willkommen bei generation zero sei froh dass ich dir nicht nacken schießen kann einfach cool wenn du nicht zu ihr wechselst das magazin so wir fahren wir gehen jetzt richtung 1 das ist 1 1 ist der bunker nur darlin wo sind ja hingereist an den unterflupf hast du funkgerät ach jetzt bin ich plötzlich wieder gut genug ja ist immer gut genug ich war nicht nur diese sehr viele roboter gibt es auch eine waffen kiste ich habe unterstück freigeschaltet mensch bin ich gut bist du gut wie machst du das ich weiß bin einfach ein natur talent kann es einfach ist angeboren so ich würde sagen wir rennen jetzt direkt darüber ohne uns hier aufzuhalten weil diesen diesen echt viele hier ich habe vorhin so viele gekämpft sind alle wieder da leute ist einfach nicht vorbeigelaufen der hat uns nicht gesehen der stadt amt der stadt an der tür warum nicht schneller als du ich bin im kampf eingetreten das weiß ich nicht was wahrscheinlich irgendwie andere andere schuhe an oder so es kann sein das können sehen vorzimmer mit der neuen war für sie über cool aus ja ist okay sei lieb ja sieht schon geil aus dieses kopf war eine eine mission kann man hier holen das ist gut eine mission ist sehr überschaubar finde ich ja pro bunker reicht das auch die kommen gar nicht zum schießen weil sie irgendwie wegrutschen weil wir so weil die schneller eine höhere feuerrad hat hier die waffe ich glaube die zu ordentlich weh bei denen naja wenig aber ich weiß wie ich meine gut fest ja das stimmt so ich bräuchte ein visier bitte irgendwann wie sie ich brauche eins und er gibt ja eins ich habe noch eine ergänzende halte einmal 40 für ein rohr wurdest du gerade gesehen von irgendeinem roboter okay weil er so reagiert hat doch du wurdest gerade gesehen ich wurde gesehen ja habe munition für deinen scharf schützengewehr kann es mir gleich geben dann wenn wir hier mit sicherheit sind also ich bin gerade woanders als du wenn wir dann wieder zusammen in der hd sind so hier gibt es ein schreiben ein rückzug ja ist okay ist okay der größte ist da sehr sehr geil hast du sehr wie schnell der große hier dann war nein nur der kleine so lockt ein rückzug rückzugsort dieses glaube ich ein bisschen medipack wäre nicht geil hast du noch welche ich habe drei stücke ich könnte zur not einfach die drei dass du dein leben wenigstens auffüllen kannst links sauna eingang warte mal ich kann wahrscheinlich nicht doch ich kann mal rein weil ich habe allerdings die karten eigentlich müssen wir hier rein können einmal drauf muss noch mal kurz den anderen eingang nehmen da können wir wenigstens blüten lass uns mal kurz hier rechts looten abgesperrt hier hier bei mir da können wir wenigstens munition oder so mitnehmen noch ein schalldämpfer gefunden und ein zielfernrohr wenn du es nicht baust nehme ich es gerne lege es einfach irgendwo ab ich holte es mir dann auch nicht auch 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 Notfallstromraum. Finde entstand den Reservenotstromraum diesen Generator. Oh, hier gibt es diese grünen Managen wieder. Ach, da oben. So, hier gibt es nichts. Ah, dafür war der Schlüssel da, okay. Es ist hier sehr wenig los, finde ich. Irgendwie zu ruhig, ne? Ach nee, halt hier. Nutzen. So, und jetzt ab zum Feldzugsplan. Das ging jetzt ziemlich schnell. Ja. Ähm, was war das? Ich war das. Was machst du denn? Wir sind Roboter. Ach so. Ich bin beim Feldzugsplan. Und da gibt es auch wieder neue Missionen. Drei. Die Brücke. Heißt eine Mission. Hä? Wo ist denn der? Au! Soll ich dich abholen? Ah, ich habe es gefunden. Ja. Okay. Okay. Aber ich würde sagen. Ach so. Schnellreise können wir schon hierher. Ja dann. So. In der Schusslinie. Sicherheitsmission. Was haben wir denn? Die Brücke. Ich finde die Brücke von das alte Karte. Okay, wo sind die ganzen Missionen? Dass manche angezeigt werden und manche nicht. Okay. Ah, die Brücke. Sicherheitsmission. Guck mal wo die ist. Geil. Bisschen meint ja. Die eine heißt die Brücke. Eigentlich können wir da auch schnell wieder hin. Wie denn? War das nicht die, war das nicht dieselbe Brücke wo wir vorhin waren? Nein. Die war hier drüben. Rechts. Okay. Bei der großen Halbinsel. Bei der großen Insel. Ich komme nochmal zu dir. Ich gucke es mir nochmal an. Da. So. Die Brücke. Die Brücke. Ah, die Brücke ist direkt neben uns. Oder? Ne. Schusslinie ist. Ne. Ja. Schusslinie ist. Da ist sie. Aber bevor wir die Brücke machen. Guck mal direkt neben uns. In der Schusslinie. Hm. Ist direkt neben uns. Die Brücke kommt. Könnten wir die als nächstes nehmen. Ne. 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 Ich habe nach dem Flug işi auch dazu beginnen. Ja. Ne. Ne. icked. Ne. 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 looten. Anders geht es gar nicht. Ich habe keine andere WoW. LOL. Was denn? Dieser Kommando Bunker ist direkt am Ausgang. Ich bin schon draußen. Cool. Willst du nicht noch looten? Nee. Da hat es einer wieder sehr eilig. Ja, looten. Oh, Zeitung. Ja, looten ist zwar langweilig, aber man braucht es halt. Ja, man findet auch unterwegs genug. So. So. Oh, die Räume waren gerade voll verpackt. Ach, verpackt. Hä, die Kiste hat zwei Seiten. Also man konnte einmal umblättern quasi. Habe ich auch noch nie gesehen. Oh, echt nicht. Das habe ich schon oft gesehen. Und sehr ausgesehen. So voll waren ich es noch nicht bei mir, dass ich es umblättern konnte. So, ich teste mal die neue Waffe an so einem großen Baby aus. An den ganz großen oder mittleren? Ah, das ist ein ganz großer. Okay. An den mittleren ist er richtig gut. Das ist ein halbes Reuters hinterher. Ach, geil. Ja, die Antenne selbst zerstört, der Idiot. Das ist ein halbes Reuters. So. So. Inventar. So. Oops. Ah, hey. muss jetzt gucken wo ich gehe hier raus wo war denn der ausgang einfach geradeaus laufen und nach links na jetzt von mir aus links jetzt markierst du was da komme ich dann hin hast du zwei sagen was wo soll man jetzt hin ach so da wo die mission ist die in allemal ich irgendwo ein höchstere lehranteil ist längst zerstört ich kann sagen ja der robo selber zerstört ach so ok dann renne ich jetzt 1 ich gehe erstmal dahin also mini häuschen am ende einer straße was es ist sowas lässt mich nicht in ruhe ich weiß ich kann das nicht ich muss wissen was es ist aber da das spiel ja ständig erweitert wird ist das glaubt nur die haupt story oder ein teil davon da kommt bestimmt noch mehr soll ja so eine art ww werden also von okay dass du ständig erweiterung kaufen muss um weiterzukommen oder was so ungefähr oder das mit erweiterung neue missionen neue welten freigeschaltet werden da wäre ich vielleicht noch dabei aber wenn das jetzt so weiter geht keine ahnung dass man mit keine ahnung zum beispiel in den fähigkeiten weiterleveln willst damit weiter leveln kannst du irgendwie erweiterung kaufen muss würde ich spätestens dann aufhören also ich glaube wir könnten jetzt innerhalb armeestützpunkt normira drei missionen gibt es hier hinten bei der 1 ja ich habe unter schlumpf freigeschaltet oder warst du das ich war das ja 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 ich komme gleich was denn habt ihr im funk gerät hingestellt ja schnell reise aber ich sehe keine maschine das beunruhigt mich dezent ich höre was aber keine maschine oder keine ahnung kann sich leicht aber den generator hier kann man drüber springt ich muss mich weiter zurück ganz dran und drin ok das sieht anders aus hier das lager wo ich gerade drin bin bist du maschinen bis jetzt nicht vielleicht waren es die menschen die das hier so gemacht haben wie es ist in kontaktphase abgebrochen und da ist schon wieder die folge fertig also zu ende auf stufe drei schalldämpfer und stufe 3 das hört sich gut an hä hier ist ein container der ist abgesperrt ich kann nicht kann ich nicht öffnen und da ist ein männchen drauf gezeichnet gelbes das gehört 124 beute alter ok irgendwo ist entgegnet der hat mich gesehen ja ich sehe ihn und zerstört den tic zerstör sender ich spende erst mal den gegner hier ich spende erst mal den gegner hier zugangspanzer sehen noch so neu aus hier ist alles recht sauber vor allem ne also wer als wäre alles noch intakt hier muss es einen störsender geben pass auf dann funktionieren die fernseher wieder ich würde mich zu hinsetzen fernseher gucken ja spiel ziel erreicht wir könnten wieder klotze gucken hz 4 tv und so wollen wir die folge hier nicht beenden ja stimmt dann bis zum nächsten mal i can see you bis zum nächsten mal ciao ciao ciao